Ach komm, wir gucken uns doch dem Hitler sein Auto an. Wo ist denn das? Hier, von Simplicissimus. Hitlers wahnsinniger Zug. Kennt ihr diese Szene bei Simpsons? Wo Bart irgendwie das Auto von Hitler klaut und er fährt es gegen die Wand. Und dann kommt so ein Nels und haut ihm so eine runter. Du hast Hitlers Wagen kaputt gemacht. Was hat der Mann hier denn getan? Musst grad dran denken. Das hier ist die Breitspurbahn. Ein gigantischer Zug. Sechs Meter breit und sieben Meter hoch. Snowpiercer einfach. Sowas gab es auch in Red Race. Ja, ja, ja. Das ist einfach fucking Snowpiercer, die Karre. Schau dir das an. Wir sind der Tail-Jet. Lasst euch nichts erzählen. Wir sind der Tail, aber wir sind die Revolution aus den hinteren Waggons bis in die erste Klasse. Zum Abschaffen aller Klassen. One Tail. Die Innenausstattung verbindet pompösen Luxus und schwere Artillerie. Es gibt eine Flakkuppel zur Abwehr von Luftangriffen, prallgefüllte Waffenkammern und vollbesetzte Mannschaftsräume. Der Auftraggeber dieses Megaprojekts war Adolf Hitler. Die Breitspurbahn galt von ... Angeblich Antisemit, wusstet ihr das? ... von Beginn an als das Spielzeug des Führers. Viele seiner größenwahnsinnigen Bauprojekte wurden im Laufe des Zweiten Weltkriegs eingestampft. Aber dieses hier wollte er bis zum bitteren Ende durchboxen. Denn die Bahn sollte nach dem Sieg der Nazis eine zentrale Rolle bei der Erschließung des neuen Imperiums spielen. Also ohne diesen ganzen Hitler und Krieg und Scheiß und so weiter, ne? Wäre das ja cool, wenn Transportwesen tatsächlich solche Dimensionen hätte. Also einfach, weil natürlich Zugreisen mega cool ist. So für den Planeten und so, weil weniger Töv Töv und so. Imagine, wir hätten einfach solche ICEs in Deutschland. Oder wir hätten irgendwie so eine Art Schienensystem, das so magnetisch arbeiten würde, womit wir unglaubliche Geschwindigkeiten erreichen könnten. Stellen Sie sich das mal vor. Ist egal, ich will jetzt nicht träumen, ne? Sowas gibt's gar nicht. Ganz kurz bevor es weitergeht, ein Update in eigener Sache. Wir haben jetzt einen Podcast. Unfassbar. Dort erzählen wir jede Woche eine neue Geschichte. Mal länger, mal kürzer. Spannend, aber auch entspannt und immer hochwertig produziert. Die Themenauswahl ist ähnlich wie hier und reicht von verrückten Verbrechen und Hacks zu Politik, Wissenschaft und Technik. Simpli, aber fürs Ohr. Aktuell gibt es jeden Freitag eine neue Folge. Hört nach diesem Video unbedingt mal rein. Ja, hört nach diesem Stream rein. Hitler war bekanntermaßen Fan Gigantomaner Infrastrukturprojekte. Das deutsche Stadion wurde von seinem Haus- und Hofarchitekten Albert Speer für das Reichs... Hier ist mein Geld gut angelegt. Das stimmt, Barandur. Dankeschön für sechs Monate. Willkommen. Schön, dass du da bist. Metaebene wäre es natürlich, den Hypetrain neben dem Video fahren zu lassen. Aber ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ist auch okay, wenn wir es einfach so angucken. ... Parteitagsgelände in Nürnberg entworfen. Es sollte zwischen der Kongresshalle und dem Zeppelin-Feld gebaut werden und als größtes Stadion der Welt 400.000 Zuschauer fassen. Wahnsinn. Und die Türme der Hamburger Elbhochbrücke sollten es mit amerikanischen Wolkenkratzern aufnehmen und die Golden Gate Bridge in den Schatten stellen. Diese und viele andere Pläne verliefen im Sand, als die Nazis im Weltkrieg an Boden verloren. Gott sei Dank. Hitler hat überlegt, ob er Paris nicht komplett auslöschen soll. Also nicht im Sinne von die Menschen dort, sondern Paris einfach wirklich so von der Landkarte tilgen, damit Berlin ein bisschen krasser wirkt. Und dann hat er gesagt, weißt du was, Paris, das lassen wir stehen. Wir können einfach Berlin noch größer machen, noch krasser, damit Paris einfach dagegen voll abstinkt. Aber die erste Idee war, einfach einen Parkplatz draus zu machen. Aber nicht die Breitspurbahn. Sie galt als Hitlers Herzensprojekt und erhielt ab 1941 höchste Priorität. Der Führer ordnete persönlich an, alle erforderlichen Ressourcen in den Bau zu stecken. Eisen und Stahl waren wegen der massiven Aufrüstung im Krieg extrem knapp. Trotzdem wurden satte 84.000 Tonnen für das utopische Projekt genehmigt. Wir konnten im Zuge unserer Recherche einen Blick in die Originalbaupläne für Hitlers Monsterzüge werfen. Und genau das Gleiche wollen heutzutage auch die Grünen, ne? Das frage ich mich, ne? Wer sind denn die neuen Faschisten, ne? Der Historiker Anton Joachimsthaler hat sie aus diversen Archiven zusammengetragen und in diesem Buch veröffentlicht. 1942, mitten im Weltkrieg, gab Hitler den Auftrag zur Entwicklung der Breitspurbahn an die Reichsbahn und das Verkehrsministerium. Die Ingenieure reichten über 100 Entwürfe für Lokomotiven und Personenwagen. Sie stellen mir richtig so Hitlers Pitch vor. Also, das ist ein normaler Zug und das ist mein Zug. Herr Hitler, das ist beides ein Zug. Aber dieser ist viel größer. Ja, ähm, das ist aber schwierig, weil die Schienen, die wir haben, sind gar nicht breit genug. Dann macht sie größer! Herr Hitler, hören Sie doch mal zu. Ich hab gesagt, ich hab gesagt, Sie machen den Zug jetzt größer und jetzt bringen Sie mir Fegelein! 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 ...wagen ein. Das bringt uns zum großspurigen Namen des Projekts. Der Abstand zwischen den Schienen eines Gleises wird als Spurweite bezeichnet. Und schon damals, Anfang der 40er, hatte sich überall auf der Welt die Normalspur mit einer Weite von 1435 Millimetern etabliert. Aber Hitler dachte wie immer größer und forderte kolossale 4 Meter Spurweite für seine Bahn. Nach langem Hin und Her konnten ihn die Ingenieure auf immer noch absurde 3 Meter runterhandeln. Okay, cool. Auch die Züge selbst hatten es in sich. Sie sollten 6 Meter breit und knapp 7 Meter hoch werden. Und doppelstöckig. Habe ich das richtig verstanden? Hitler ist der Erfinder des Hype-Trans. Würde ich so jetzt nicht unterschreiben, tatsächlich. Danke für 100. Auf Ausdrück. Aber er fährt gleich der Hype-Train. Ich seh schon, der erste Schornstein qualmt schon. ...durch ein Wunsch des Führers. Daneben sehen moderne Züge wie Spielzeug aus. Ja, das ist sowieso, das kann man nur animiert darstellen, aus mehreren Gründen. Weil die Züge wurden nie gebaut. Und ICEs fahren nicht. Das Interieur der Breitspurbahn sollte vor Luxus strotzen. Die erste Klasse war auf der oberen Ebene vorgesehen. Mit reichlich Fußraum, edler Ausstattung, Kleiderhaken und bequemen Armlehnen. Kleiderhaken, jetzt nicht gierig werden. Auch die zweite Klasse direkt darunter fiel großzügig aus. Erst die dritte Klasse erinnert an heutige Platzverhältnisse. Nee, da steht keiner in dem Abteil. So kamen Pläne für unzählige Gemeinschaftsbereiche. Da fährt er los. Okay, Mubra, dankeschön für fünf Giftesabsor. Jetzt fährt der Hypetrain mindestens so lang, wie das Video läuft. Man sollte auf einen Drink und eine Zigarette in Bars mit Lounge-Sesseln absteigen können. Ähnliche Setups waren für gemütliche Lese- und Aufenthaltsbereiche vorgesehen. Der geplante Speisesaal war besonders fancy. In den Entwürfen ist der Raum komplett mit Echtholz vertefelt und mit Gold verziert. Von der Decke hängen große Kronleuchter. Es wäre der einzige... Danke, it's a nerd's life. Danke, dass du mir diesen Auftritt im großen Ballsaal organisiert hast. ...einstöckige Wagen gewesen, mit so hohen Wänden, dass das Layout eher an ein Schiff als an einen Zug erinnert. Neben diesem Prunksaal waren noch etliche weitere Restaurants und Frühstücksräume geplant. Es sollte einen Kinowagen mit Platz für knapp 200 Leute geben. Danke. Auf einer kleineren Bühne sollten Lesungen und Aufführungen stattfinden. Okay, das ist jetzt für's albern. Wer soll denn da dann auftreten? Hier so Luke Mockridge oder was? Weil die Züge lange Strecken zurücklegen sollten, waren Schlafwagen vorgesehen. In der ersten Klasse konnten sich betuchte Nazis auf reichlich Luxus freuen. Weitläufige Foyers und geräumige Schlafabteile mit Sofas, Sesseln. War nicht für Kurzstrecke gedacht. Doch, doch, damit hättest du... Das wäre ein Tram-Ersatz, sollte das einfach sein. Frisiertischen und großen Panoramafenstern. Die Räume sollten ein eigenes Bad mit WC, Waschbecken und Dusche haben. Okay, krass. Die kleineren Abteile der zweiten Klasse mussten mit eigenem Waschbecken auskommen. Wer kein eigenes Bad hatte, konnte sich im Badewagen frisch machen. Dort waren vier Wannenbäder und 20 Duschkabinen vorgesehen. Dachte ich mir öfter mal so, als ich nach Hamburg gefahren bin, jetzt duschen wäre eigentlich geil. Jetzt hast du Zeit und dann stinkst du nicht wie so ein Iltis, wenn du aus der Bahn rausfällst. Ich muss zugeben, also ohne den ganzen Hitlerkrempel wäre das ein extrem geiler Zug. Dazu gab es Pläne für Damen- und Herrenfriseursalons. Nicht, dass der Undercut während der Reise rauswächst. Außerdem Gepäck und Personalräume. Verkaufsstände sollten die Passagiere mit Snacks und Drinks versorgen. Und am Ende des Zuges war ein weiteres Highlight geplant. Ein schnittiges und rundum verglastes Panoramadeck. Ein schnittiges? Normalerweise kommt an dieser Stelle eine Smoother Bridge zum Sponsor dieses Videos. Oh. Ich fand, das war auch eine Smoother Bridge. Und jetzt kommt als Placement... Irgendwas Blödes, glaube ich. Ich hab das... Also Holy passt jetzt nicht. Holzkern passt jetzt nicht. Äh... Clark passt jetzt auch nicht. Smoother Bridge. Zug fahren. Deutsche Bahn. Bahn-Card. Smoother Bridge. Es geht ums Reisen. NordVPN. NordVPN. Aber bei so einem Thema ist das gar nicht so leicht. Einzige Schnittstelle ist das Reisen. Angenommen, du sitzt selbst im Zug und fährst von Deutschland aus in die Schweiz. Du kennst das vielleicht. Hinter Basel wird's von jetzt auf gleich richtig teuer. Ich fahr jeden Tag in die Schweiz, weil man darf pro Einreise unversteuert bis zu 10.000 Euro. Wenn du die mobilen Daten auf deinem Smartphone anlässt. Genau da kommt Salee ins Spiel. Salee... Worldwide Asim. Oh, das haben wir schon mal irgendwo... Das hab ich neulich schon mal in einem anderen Video gesehen. Salee. Salee. Eine smarte eSIM-App für Reisen dorthin, wo dein Roaming schlapp macht. Das Ganze ist super simpel. Du willst dein Datenpack... Okay, also kann ich das auch in Deutschland verwenden? ...lädst die Salee-App runter und richtest deine eSIM ein mit Code SIMPLY sogar direkt mit 15% Rabatt. Schon bist du wie ein Local unter deiner normalen Rufnummer im besten verfügbaren Netz unterwegs. Keine Roaming-App-Zocke, kein... In der Schweiz, da kommt Stay ins Spiel. Stay-li. ...wackeliges Touri-WLAN. Zusätzlich bietet Salee hunderte von flexiblen Datenpaketen in über 180 Ländern und acht Regionen auf der ganzen Welt an. Salee ist ein Dienst von Nord Security, die mit NordVPN eines der best... Aha, guck mal. Aha. Es ist im Prinzip dann doch NordVPN. Aha. ... die besten Tools für sicheren Datenverkehr entwickelt haben. Das erklärt, warum der Service weltweit safe und zuverlässig ist. Wenn doch mal was nicht läuft, hast du 24-7-Chat-Support oder kriegst dein Geld zurück. Über den QR-Code oder salee.com slash simply holst du dir die Salee-App und dein internationales Datenpaket. Mit dem Rabattcode simply bekommst du on top 15% Rabatt auf deine erste eSIM. Salee-tastisch. Die Wagen der ersten und zweiten Klasse hätten Platz für etwa 200 Reisende geboten. In der dritten Klasse waren über doppelt so viele Plätze vorgesehen. Es hätten sogar locker über 500 Leute reingepasst, aber in der Breitspurbahn sollten alle Passagiere komfortabel reisen. Alle Passagiere? Wirklich? Oh, der Hypetrain ist verunglückt, Jet. Dankeschön für viele Milliarden Subs. 15 und 100 Bits, Dankeschön. Ich glaube nicht, dass alle Passagiere dieses Zuges damit hätten komfortabel reisen sollen. Naja, nicht alle. Das hier waren die Entwürfe für die sogenannten Ostarbeiterwagen. So nannten die Nazis Zivilarbeiter aus den eroberten Sowjetgebieten. Die meisten von ihnen wurden gewaltsam verschleppt und zur Zwangsarbeit gezwungen. Die Abteile sollten Platz für je acht Personen bieten und keine Sitzplätze haben, sondern Bänke, die nachts als Betten dienen. Jeder Ostarbeiterwagen sollte 480 Zwangsarbeiter transportieren und penibel vom Rest des Zuges abgeschottet bleiben. Das Essen der Arbeiter wollte man im angrenzenden Großküchenwagen zubereiten, in Eimern durch den Zug schieben und in einer Art Kantine ausgeben. Zoomen wir an dieser Stelle kurz. Ich kann mir richtig vorstellen, wie irgendwelche dritte Reich-0-Defender sagen, guck mal hier, ist doch voll komfortabel, hier zu 80 ein Abteil. Ist doch, ist doch, ist doch gut, oder? Früher wurden die in so Viehwagen reingesteckt. Jetzt raus. Was wollte Hitler mit seiner Breitspurbahn erreichen? Warum war ihm das Projekt so furchtbar wichtig? Am 24. März 1942 traf sich Hitler in München zum Mittagessen mit zwei engen Vertrauten. Hermann Esser, dem Staatssekretär für Tourismus, Volksaufklärung und Propaganda und dem Architekten Hermann Gießler. Dort erklärte er seine Pläne. Ebenso selbstverständlich, wie wir eine rasche Verbindung mit Konstantinopel, heute Istanbul benötigen, brauchen wir eine rasche Verbindung zwischen Oberschlesien und dem Donitzbecken. Wow. Ja gut, das ist halt Politik, ne? Die Nazis, den Nazis ging es immer darum, Macht zu demonstrieren und damit ihren Herrschaftsanspruch zu unterstreichen. Und das machst du natürlich auch durch solche, durch so krasse Züge und alles. Das machst du durch die Architektur, nimmst du die Macht in Anspruch, durch Technologie und außerdem sollte man ja quasi ganz bequem von Oberschlesien ins Donitzbecken gehen. Ne, so als Reichsdeutscher. Wir brauchen Bahnen, die 200 Stundenkilometer fahren können. Ja, die brauchen wir übrigens heutzutage auch stellenweise. Man muss breitere Wagen bauen, die am besten von vornherein zweistöckig sind, wobei insbesondere das obere Stockwerk eine gute Aussichtsmöglichkeit bieten muss. Die Gleise müssen auch für einen doppelgleisigen Güterverkaufs und den Schiffsverkehr benutzt werden können. Nur so ist es möglich, den Ostraum insbesondere wirtschaftlich so zu erschließen, wie es unseren Plänen entspricht. Wenn die Durchführung dieses Eisenbahnprogramms auch selbstverständlich eine Fülle von Schwierigkeiten enthält, darf man sich dadurch doch nicht abschrecken lassen. Die Bahn spielte also eine Schlüsselrolle in Hitlers Weltmachtfantasien. Der Führer wollte den Schiffsverkehr durch Züge ersetzen. Das Breitspurnetz sollte sich über ganz Europa und bis weit über seine Grenzen hinaus erstrecken. Es gab Pläne für eine Mittelmeerroute, von Gibraltar aus durch Spanien und Frankreich bis nach München. Dort sollte ein großer Knotenpunkt entstehen mit Anschluss gen Süden nach Rom und ostwärts über Wien, Budapest, Belgrad und Bukarest nach Istanbul. Eine weitere Route sollte über Brest, Paris und das Ruhrgebiet nach Berlin führen. Von der Zukunft Alles zentralisiert sich irgendwie auch nach Berlin. Nach Germania, die Hauptstadt der Nazis. Hätte nur noch gefehlt, dass er irgendwie plant, eine Zugstrecke in die USA zu legen oder so. Von der zukünftigen Welthauptstadt aus hätte die Breitspurbahn dann durch Polen und Belarus nach Moskau geführt. Später wollte Hitler das Netz bis in den Mittleren Osten ausbauen. In seiner Vorstellung sollte die Breitspurbahn irgendwann durch den Iran und den Irak rollen und die dortigen üppigen Ölreserven erschließen. Ja, höchstwahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt des Bauabschnitts auch selbstverständlich freie, unabhängige Nationen. Ja, richtig. Es gab sogar Pläne für eine Direktverbindung von Berlin nach Wladiwostok am japanischen Meer. Und eine weitere Trasse sollte das von Großbritannien besetzte Indien anbinden. Die Breitspurbahn sollte nicht nur den Personenverkehr, sondern auch den Gütertransport abdecken. Hitler wollte sein künftiges Weltreich mit Rohstoffen aus ganz Eurasien versorgen. Gleichzeitig sollten Millionen Zwangsarbeiter aus dem Osten in die deutschen Fabriken und Landwirtschaftsbetriebe geschleppt werden. Daher die Ostarbeiterwagen. Umgekehrt wollte man die eroberten Gebiete nach und nach mit reinrassigen Deutschen besiedeln. Die Breitspurbahn war also auch als Mittel zur Massenkolonialisierung gedacht. Darum wollte man die Züge auch bis unters Dach bewaffnen, falls sich irgendwo Widerstand regt. Das macht Russland übrigens heutzutage. Unter anderem auch in der Ukraine, in den besetzten Gebieten. Dass die dort einfach russische Bürger ansiedeln. Beziehungsweise halt, die geben den Ukrainern die Möglichkeit, nehmen einen Pass. Oder rechnen mit den Konsequenzen. Und dann werden Stück für Stück, es gibt, heißt Russofizierung, hat man immer schon gerne gemacht. Dass man einfach dann gesagt hat, dass man quasi diese russischsprachigen Minderheiten oder was auch immer, die man immer vorgibt zu beschützen, tatsächlich vorher ansiedelt, um halt eben auch die entsprechende Kultur... Generell ist ein gut ausgebautes Streckennetz in Europa ein erstrebenswertes Ding. Wenn es multinational angegangen und vernünftig gewartet wird, kann das helfen, diese Städtetrips per Flugzeug einzuschränken. Also wird es nicht passieren. Na, dankeschön für 100 Bits. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Deshalb werde ich ungern unterbrochen. Das erklärt die Pläne für die gigantischen Munitionskammern und Mannschaftsräume. Die Bahn hätte sogar Großkaliber wie Panzer oder ganze Schiffe transportieren können. Ganze Schiffe? Letzten Endes wurde die Breitspurbahn nie gebaut. Die Pläne landeten nach dem Krieg in der Sowjetunion. Die Akten über die geplanten Frankreich-Routen sollen sich in Paris befinden. Die Pläne wurden nie veröffentlicht und auch nie in irgendeiner Form weiterverfolgt. Das ist auch kein Wunder. Der Großteil der Ingenieure bei der Reichsbahn war sich schon damals einig, dass die Pläne hemmungslos übertrieben waren. Ich hab gesagt, er sollte es größer bauen! So gut wie alles, was die Breitspurbahn leisten sollte, ließ sich auch mit normalspurigen Zügen machen. Aber wer wollte schon dem Führer widersprechen und über sein geliebtes Spielzeug herziehen? Wie so viele von Hitlers Prestigeprojekten war auch die Breitspurbahn am Ende nichts anderes als Größenwahn. Selbst Albert Speer sagte später. Ja gut, Speer, Alter. Speer ist halt auch ein Wendehals. So im Krieg, oh ja, Hitler, geil, geil, geil. Nach dem Krieg, nö, da war ich immer im Widerstand. Also da hab ich auch gar nichts gewusst hier. Als in meiner Rolle als Albrecht Speer. Vom Holocaust hab ich nichts gewusst. Nein. Je monumentaler die maßstäbliche Übergröße war, umso mehr konnte sich Hitler an einem Projekt begeistern. Die Breitspurbahn ist ein weiteres Abbild Hitlers wilder Weltmachtträume. Dass er bis kurz vor seinem Untergang an so einem bizarren Projekt festhielt, zeigt erneut... Trust me, Bro, ich hätte Hitler fast vergiftet. Hallo, ich mag Moneten. Diese komischen Zahlen vor den Monaten sind mir zu viel Wissenschaft. Ja, weg damit mit der Wissenschaft. Aber jetzt einfach komplett das ganze Gehalt überweisen, Mr. Miaugi, danke schön. Nach dem Krieg fein Buch geschrieben und Millionär geworden. Er wusste doch von nichts, der Speer. Er wusste doch von nichts. Auf Hitler gab es übrigens Zeitlebens, ich glaub, über 40 versuchte Attentate. Das ist der absolute Wahnsinn. Man hört immer nur von diesem Stauffenberg-Ding, von dem aufrechten Demokraten und Menschenfreund, Graf von Stauffenberg. Aber insgesamt waren das über 40 Attentatsversuche. Leider kein einziges davon durchgekommen. Das muss man sich vorstellen. Wie endlos Hitlers Machtgier war. Cheers. Ja, geiles Video, Digga. Schön. Hat mir gut gefallen. Hat mir sehr gut gefallen. Meinst du, Trump bricht den Rekord noch? Der ist jetzt nur bei 1. Da müsste ja noch was kommen. Aber da darf El Hotzo nicht drüber tötern. Sonst gibt's Probleme. Immer. Die Garnate, Tramontate Stelle, Tramontate Stelle, Alava vinserot.